Es ist 15 Uhr und das heißt für Sie Top-Produkte, exklusiv für Sie, zum Spitzenpreis von nur 15 Euro. Hier kommt die 15-15-Show. Ja, Sie haben den Gongschlag gehört und das bedeutet, es ist endlich wieder Zeit für unsere 15-15-Show. Hier bei Pearl TV, wie der Name schon verrät, haben wir alles richtig stark auf nur 15 Euro herunter reduziert. Also wenn Ihnen was gefällt, am besten auch gleich mehrfach zugreifen. Bis zu fünfmal dürfen Sie gerne alles bestellen. Es sei denn, es kommt unsere Ausnahme der Preisalarm, dann bitte maximal einmal pro Besteller zugreifen. Und heute hat Rebecca uns wirklich hervorragende Produkte rausgesucht. Ich bin ganz begeistert. Deshalb würde ich auch direkt sagen, wir starten schon mit dem ersten Highlight hier für Sie. Es schlägt wieder 15. Jetzt starten wir mal mit ein bisschen Licht und zwar mit einer LED-Schreibtischlampe. Die gefällt mir super gut, gerade als Schreibtischlampe, weil die schön dezent ist. Man sieht schon ein sehr, sehr schlankes Design, aber nicht dezent, was das Licht angeht. Ich stecke mal den Stecker in die Steckdose. Dann sehen Sie mal direkt, wie hell diese Lampe leuchtet. Und das Schöne ist, du kannst sie jetzt ideal ausrichten. Du kannst das so nach oben ausrichten, weil wir hier diesen biegsamen Schwanhals haben. Du kannst es auch mal zu dir ausrichten, wenn du zum Beispiel gerade ein Videotelefonat führst und gut ausgeleuchtet sein möchtest. Und das Schöne ist, dadurch, dass diese Lampe so schlank ist, findet die auf jedem Schreibtisch Platz und vor allen Dingen, du kannst sie halt perfekt platzieren. Zum Beispiel auch mal über der Tastatur oder wenn du in so ein Tagebuch zum Beispiel reinschreibst oder ein Notizbuch oder wie auch immer, dann kannst du das entsprechend auch einfach umplatzieren, weil diese Lampe eben so leicht zu handhaben ist. Entschuldigung, ich wollte das absichtlich so demonstrieren. Nee, und das finde ich total super. Kleiner Tipp, aber das werden Sie selber schon erfahren haben. Wenn Sie Rechtshänder sind, dann sollte das Licht von links kommen. Und das ist das Schöne. Du kannst es hier einfach umplatzieren. Und es ist toll, weil es zerstört das Bild nicht in so einem Büro. Also spontan denke ich jetzt wieder an euch Damen. Fingernägel lackieren, neben dem Schreibtisch und Tastatur. Ihr braucht doch auch immer helles Licht, wenn ihr eure Fingernägel kontrolliert, oder? Wäre das nicht optimal? Ja, das ist wirklich super dafür. Richtig praktisch, natürlich für die kleinsten Arbeiten, aber auch mal so am Schreibtisch ist das auf jeden Fall ein Muss, eine richtig gute Schreibtischlampe zu haben, weil sonst macht man sich eben auch die Augen kaputt. Ich weiß auch gerade an die ganzen Schulkinder und so weiter und so fort, das ist auch ein Riesenthema. Ich habe da manchmal Stunden verbracht, um meine Hausaufgaben zu machen. Also Beleuchtung braucht einfach, glaube ich, jeder, egal wie alt man ist, egal wo man ist. Und hier ist es ja wirklich sehr stilvoll. Ja, total, auch schick mit dem Silber, also auch mit dem Schwarmhals, einfach praktisch. Ich finde es auch super, auch als Nachttischlampe ist das natürlich gut. Ja, kann es auch dann zum Buch ausrichten. Flexibel, einsetzbar und überall gleichgünstig, nämlich gerade mal 15 Euro, weil das ist unser Start der heutigen 15.15-Show. Für die, das sieht, die Bestellnummer, das ist die NX72-59, wow, ist das, ey. Ich wollte fast sagen, ich mache da mal ein bisschen rein. Und natürlich die 569, ich komme mir jetzt gerade ein bisschen überbelichtet vor, aber macht nichts. Da können Sie jetzt die Helligkeit dieser Lampe eben abschätzen. Unglaubliche Leuchtkraft auf dem Nachttisch, auf dem Schreibtisch oder, ich glaube auch für manche Damen, perfekt, wenn man Näharbeiten oder Fingernägelarbeiten macht, weil man da helles Licht braucht. Das mit dem Tipp mit Rechts- und Linkshänder finde ich übrigens hervorragend, weil man ja sonst immer mit dem Arm im Weg der Lichtquelle ist und dann Schatten wirft. Das passiert, wenn man es eben gegensätzlich zu der Hand, mit der man Schreibtisch macht, nicht. Also, fängt schon richtig toll an und vor allem günstig. Gut, jetzt geht es wichtig und günstig weiter für alle Handybesitzer. Es schlägt wieder 15. Hier ist das Smartphone oder das Handy ja tatsächlich zum Kameraersatz geworden, ne? Aber da musst du schon mal bei einigen Handys auch Abstriche machen. In den Möglichkeiten beispielsweise, ne? Wie viel kannst du ranzoomen und so weiter und so fort. Aber wir werden jetzt hier keine Abstriche machen. Wir haben jetzt nämlich für 15 Euro ein ganzes Linsenset für Sie. Ein elfteiliges Smartphone-Vorsatzlinsenset. Und das ist diese Linse hier. Die ist mit einer Klammer hier angebracht und zwar direkt über der Kameralinse von meinem Handy. Übrigens, das Stativ ist auch noch für Sie mit dabei. Und jetzt siehst du gerade schon wunderbar. Erstens, dieses Stativ ist flexibel und biegsam. Das finde ich total super, weil du damit das nicht nur aufstellen kannst, sondern zum Beispiel umbiegen kannst um zum Beispiel eine Geländerhalterung oder sowas. Damit bist du auch super flexibel. Und du hast dieses ganze umfangreiche Set dabei. Das heißt, du hast ein Makroobjektiv mit dabei, ein Superweitwinkelobjektiv, ein Teleobjektiv und das Fischaugenobjektiv. Ja, das hast du gerade drauf. Und das wollte ich eben gerade zeigen. Guck mal, wie nah ich jetzt dran bin hier mit der Kamera. Ich bin super nah dran. Aber mit diesem Fischaugenobjektiv passe ich komplett hier ins Bild. Ja, je weiter weg ich gehe, desto unverzerrter ist mein Gesicht. Das ist natürlich ein schöner Effekt, einfach auch witzig. Aber das ist natürlich super, wenn du gerade zum Beispiel die Kamera jetzt nicht ganz so weit weg hast, aber eben ein Foto haben möchtest, wo alle drauf passen, dann ist das damit problemlos möglich. Guck mal, ich bin gar nicht so weit weg von mir und trotzdem sehe ich mich in kompletter Größe. Ich kann hier dieses Stativ wunderbar ausrichten. Wenn ich es hochkant haben will, dann mache ich es ganz einfach hochkant und drehe das. Also es ist wunderbar für 15 Euro. Finde ich das wirklich fantastisch, oder Moni? Ja, ich bin davon auch ein wirklich großer Fan. Ich mache super gerne Bilder und deshalb weiß ich auch, dass das sonst an anderer Stelle viel, viel teurer ist. Also wirklich allein schon hier dieses Stativ, was wirklich auch so super flexibel ist. Und dann hier noch insgesamt die elf Teile. Also das ist fantastisch. Schauen wir doch natürlich auch mal, wie viel Sie denn sparen und werfen mal einen Blick auf den regulären Preis hier bei Pearl.de. Und ja, da sehen wir es, 33 Euro regulär finde ich auch dort schon sehr günstig. Aber jetzt für 15 Euro nutzen Sie gerne unbedingt die Gelegenheit aus. Vielleicht auch gleich bis zu fünfmal zugreifen. Das ist eine super, super Geschenkidee. Ja, da kommt man nicht umhin, direkt mal hier die Kamera zu testen. Also es macht wirklich super viel Spaß. Vor allem Sie können ganz einfach das Objektiv hier auswechseln mit dieser Art Klammerhalterung. Also wirklich eine tolle Sache. Einen Fernauslöser haben Sie auch noch mit dabei. Wenn Sie das Stativ weiter wegstehen haben und das Handy damit auch, dann können Sie das so auslösen. Also es ist wirklich ein super Set. Und gerade die jungen Menschen, die stehen da total drauf, sage ich Ihnen. Weil wie viel heutzutage übers Handy fotografiert und gefilmt wird, da ist das schon eine coole Ausstattung, muss ich sagen. Ja, also nutzen Sie die Gelegenheit für unser elfteiliges Smartphone-Vorsatz-Linsen-Set. 15 Euro ist ein Spitzenpreis. Sie haben es gesehen, bei Pearl.de waren wir bei 33 Euro. Also das ist wirklich hervorragend. Vielleicht ist das auch bald Ihr neues Hobby, einfach mal rauszugehen, auch in die Natur, jetzt im Frühjahr, im Sommer. Und einfach mal hier alle Vorsätze auszuprobieren. Wichtig ist natürlich, dass Sie bitte hier ein Handy haben mit einer Kamera. Weil dafür ist eben hier dieses Vorsatz-Objektiv gemacht. Aber das ist auf jeden Fall richtig toll. Die Bestellnummer ist die NX4179 und natürlich die 569. Ja, und jetzt haben wir auch was richtig Cooles für die Gaming-Leute unter uns. Ich schläge nochmal 15. Gaming-Leute, das bezeichnet die Menschen, die gerne viel vor dem PC sind. Und auch eine entsprechende Ausstattung benötigen, um möglichst zu gewinnen. Und das ist diese Ausstattung. Das ist eine richtig tolle Tastatur, wenn man die schon so in der Hand hält. Die hat ein ordentliches Gewicht, das finde ich total super. Und, da sind sie, vor allen Dingen hat diese Tastatur noch richtig coole Gadgets. Also, abgesehen davon, dass die vom Anschlag total super ist, ist sie wasserfest. Das bedeutet, auch gerade, wenn du zum Beispiel in einer langen Gaming-Session dann auch was trinkst. Und das Glas verschüttest, ist das kein Problem. Das ist auch super. Seht ihr das, diese Lichteffekte? Wir haben hier tatsächlich Licht auch noch integriert. Das heißt, die Tasten werden richtig cool illuminiert. Sie haben sieben verschiedene Farben zur Auswahl. Oder können hier diesen pulsierenden Effekt anwählen. Das ist so super. Aber, das Allerwichtigste, glaube ich, gerade für Gamer dürfte sein, dass du eben Tasten hast, die schnell reagieren. Und die vom Tastendruck auch angenehm sind. Also, von diesem Druckpunkt angenehm sind. Und das ist diese Taste absolut. Also, wie gesagt, speziell für die Menschen, die eine schnelle Reaktionsfähigkeit hier brauchen. Genau für diese Menschen gemacht. Aber auch für jeden anderen total toll, der sagt, ich möchte einfach mal so eine beleuchtete Tastatur haben. Also, ich mag solche Tastaturen auch lieber, obwohl ich kein Gamer bin. Weil ganz einfach diese Halbmechanik erinnert ein bisschen an die Schreibmaschinen von früher. Wer das noch kann, wird mit diesen Tastaturen wesentlich besser zurechtkommen, als mit diesen flachen oder Folientastaturen. Und du hast so Schreibmaschinen gelernt noch? Wie viele Anschläge? 120 pro Minute. Die hatte ich am Tag. Mit einem Fingerlein. Aber es macht einfach mehr Spaß. Und auch wenn sie kein Gamer sind, probieren sie es aus. Ich glaube, unsere Gamer werden den Vorzug sowieso zu schätzen wissen. Warum schreibst du? Ich schreibe das, was ihr gerade sagt. Du schreibst mit. Protokoll. Genau, Protokoll. Richtig. Da gab es früher doch noch Steno. Weißt du, was das ist, Monika? Steno? Nee. Jede Sekretärin musste Steno können. Wenn der Chef diskutiert hat, wurde in Kurzschrift in Steno, wurde das aufgeschrieben und später dann reingeschrieben. Da gab es früher eine Extraschrift. Ja, war im letzten Jahrhundert, ich gebe es zu. Lang, lang ist es her. Diese Tastatur ist von diesem Jahrhundert ganz aktuell und alle Gamer werden jetzt schon am Telefon sein, weil dieser Preis von 15 Euro für diese haltmechanische, mechanische, auch noch toll beleuchtete Gaming-Tastatur ist wirklich der Wahnsinn. Die Bestellnummer, PX4195 und die 569. Und jetzt überwachen wir ein klein wenig Ihre Gesundheit. Beschlägt wieder 15. Genauer gesagt überwachen wir Ihren Blutdruck mit diesem Preisalarm. Preisalarm bedeutet, wie schon erwähnt, einmal bitte nur Probesteller zugreifen, weil Sie bekommen hier nicht nur ein Blutdruckmessgerät für einen Wahnsinnspreis von nur 15 Euro, sondern es ist ein medizinisches Gerät. Und das haben wir hier wunderbar verpackt in diesem Säckchen und dann haben wir genau diese Gerätschaften, wie Sie sie von Ihrer Arztpraxis kennen, mit dieser Armmanschette. Das heißt, Sie wissen direkt, wie das funktioniert und das Display vor allen Dingen ist auch sehr, sehr schön groß. Also da sehen Sie diese Manschette genau. Moni ist natürlich Expertin als medizinische Fachangestellte von Hause aus. Und zeig mal das Display, oder ich habe es ja hier gerade für Sie. Also das Display ist wirklich richtig, richtig groß und das gefällt mir daran. Und sehen Sie diese farbigen Balken da, das zeigt Ihnen direkt, wie Ihr Ergebnis ist. Und bei dir sieht es gerade im grünen Bereich aus, da wo es blinkt. Es misst noch. Ach, es misst noch, deswegen blinkt es. Aber super leicht, wir haben es gerade gesehen bei Diana. Ups, schon hat man sich es angelegt. Kann ich es auch über den Pulli machen, Moni? Das ist so gut für mich. Ja, kommt drauf. Und ein 64er Puls, auch hervorragend, um den Oberarm. Ich kenne viele in meinem Bekanntenkreis, die zwei, dreimal am Tag Blutdruck messen sollen oder müssen oder wollen. Aber wenn man sowas in der Apotheke kauft, Rebekka, da ist mal ein Vielfaches los. Ach, habe ich es falsch dran gemacht? Aber es zeigen einem auch die Zeichen da, ne? Das Tolle ist auch, du kannst zwei verschiedene Benutzer hier einstellen. Also das heißt, du kannst die Werte auch speichern und kannst dann Benutzer A und Benutzer B wählen. Also Diana wäre jetzt Benutzer A, ich wäre Benutzer B, dann kannst du das hier einstellen. Habe ich echt schon lange nicht mehr gemacht. Ich merke schon. Also wenn man das ohne Kleidungsstücke machen, glaube ich, frei zu machen. Das ist aber wirklich. Aber das müsste ja trotzdem einigermaßen machen. So, jetzt muss ich den Arm ruhig abregen. Richtig. Und jetzt drücke ich einfach hier auf Start, Stop. Und das war's. Das ist wirklich Wahnsinn. Ah ja, jetzt geht's los. Ich kenne diese andere, diese Modelle, wenn du musst das alles anhören, ne? Mit der Handpumpe und früher noch Stereoskop. Und dann musst du das alles anhören. Das ist wirklich schwierig. Ich habe versucht, das meine Oma machen und das war ihm gar nichts gut. Was habe ich hier gesagt? Ich glaube, sie hat noch mehr Erbindung gekriegt. Oh Gott. Aber das ist wirklich sehr, sehr cool. Und auch, sie können das immer mitnehmen. Ich kenne auch Leute, die brauchen das jede Stunde, zwei Stunden machen. Ja, wenn meine Oma zum Beispiel, sie misst das alles. Super. 124 zu 84. Perfekt. Das ist wirklich hervorragend. Wunderbar. Puls 63. Da geht noch was. Puls 63 ist sehr ruhig. Und guck mal, die Zeit und das Datum wird hier auch mit abgespeichert. Also es ist wirklich super. Auch gerade diese Einordnung. Ich weiß immer nie, welcher Blutdruck gut ist. Ich weiß auch nicht unbedingt immer, was systolischer und diastolischer Wert ist. Jedenfalls haben sie hier beides mit drin. Und selbst wenn sie sich nicht erinnern, was jetzt gut ist, hier sehen sie das an diesen Balken. So, jetzt Moni wäre jetzt Benutzer B. Moment. Benutzer B. Jetzt hätte ich Benutzer B hier. Ich merke schon. Guck, eben stand hier A, jetzt ist B. Ja, und das funktioniert genauso wie beim Arzt, Moni. Ja, also ich bin wirklich begeistert davon. Ich finde, das sollte man zu Hause haben. Gerade auch, wenn man Kinder hat, aber auch für sich selbst. Wie einfach das Fieberthermometer. Super leicht gemacht. Und wir sehen es hier gerade auch schon, wie viel sie denn sparen. Denn bei Pearl.de sind wir regulär bei 37 Euro. In der Premium-Serie bedeutet dort auch am meisten bestellt und am besten bewertet. Und ihr TV-Sonderpreis liegt hier bei 15 Euro. Es ist allerdings der Preisalarm gewesen. Deshalb haben wir hier die Einschränkung. Bitte maximal einmal pro Besteller zugreifen. Aber einmal das einfach zu Hause zu haben, ist fantastisch. Da kann man ja wirklich einfach die ganzen Mitbewohner oder die ganzen Familienmitglieder hier mal kontrollieren. Das sollte man wirklich zu Hause haben. Aber jetzt haben wir noch was Tolles für die Beleuchtung. Schauen wir mal direkt nach. Es schlägt nochmal 15. Was Schönes darf natürlich nicht fehlen in der 15-15-Show. Einfach was, wo man sich freut, dass Sie das jetzt für nur 15 Euro bekommen. Einfach was Schönes, Nettes für den Garten. Und das haben wir hier in Form dieser schicken Gießkanne, die schon tagsüber einfach so im Beet platziert, super schick und ausgefallen ist. Also wer darauf gekommen ist, hier so eine Stange zu designen, wo hier einfach eine Gießkanne eingehängt ist, die so schön verziert ist mit Ornamenten. Also wirklich, das ist wirklich mal ein Hingucker, den man nicht so alle Tage sieht. Und gerade mit diesen LED-Beleuchtungselementen, das sieht so aus, wie wenn jetzt gerade Wasser tatsächlich rauskommen würde aus dieser Gießkanne. Aber tut es natürlich nicht, das ist nur diese Illusion hier durch diese LEDs. Übrigens brauchen Sie da keine Batterien, Sie brauchen kein Kabel. Wir haben Solarpanel hier ganz dezent mit integriert, sodass die abends auch automatisch, sobald es dämmerig wird, einschaltet. Und dann haben Sie hier diese Beleuchtung. Sie können das selber entscheiden, ob Sie das ein bisschen auseinanderfriemeln wollen oder ob Sie das lieber hier in einem Guss mögen. Und dann schauen Sie mal, in dieser Gießkanne leuchtet das auch und jetzt sehen Sie mal richtig schön diesen Leuchteffekt. Guck mal hier an der Strumpfruhe, siehst du gerade auch diesen Schatten, den das wirft. Das ist so toll, oder? Weißt du, was auch noch enorm ist, weil ich habe es mal live gesehen im Garten. Die schwarze Halterung wird nachts unsichtbar. Es sieht wirklich aus, als würde eine Gießkanne schweben und dann der Lichtwasserfall herauskommt. Also eine tolle Dekorationsidee jetzt gerade, wo der Frühling gerade so richtig loslegt. Also gerade, wie das hier so hängt, das ist so charmant, auch gerade, wenn das im Wind so ein bisschen noch hin und her geweht wird. Gerade hier diese Leuchtelemente, das sieht total schick aus. Also das ist wirklich eine schöne Sache. Ich finde die Farbe auch toll von der Gießkanne, die ist so ein bisschen im Messing-Look gehalten. Das ist einfach richtig, richtig schön und ich liebe diese Gießkanne. Sie sieht mit Sicherheit auch in Ihrem Garten zu Hause hervorragend aus. Es ist mal ein Deko-Element, was eben nicht jeder hat. Die Bestellnummer ist die ZX 6340 und die 56900er Preis eben gerade mal 15 Euro. Und die einfach ins Blumenwelt gestellt. Das ist die einzige Installation, die man machen muss. Alles andere macht die Natur. Der Dämmerungssensor sorgt dafür, dass es abends angeschaltet wird. Und Ihnen mit Sicherheit viel Vergnügen bereitet. Mit Vergnügen bereiten könnte auch das nächste Produkt allerdings noch eine ganz andere Art und Weise. Es schlägt wieder 15. Es geht um Vergnügen mit Musik, mit Bessen und schönem Gesang. Und das alles können Sie hier in Top-Qualität hören mit unserem smarten Over-Ear-Headset. Over-Ear bedeutet, wir haben jetzt endlich mal wieder dieses klassische Headset. Huch, das funktioniert jetzt schlecht mit meinem Haarreifchen. Aber gebe ich gleich zu dir rüber, Moni. Also ein super cooles Headset. Superschön gepolstert, sowohl an der Ohrmuschel als auch hier im oberen Bereich. Und dann haben wir hier Bluetooth-verbundene Kopfhörer, die Sie ganz einfach koppeln können mit zum Beispiel Ihrem Smartphone. Und dann unterwegs oder gerne auch zu Hause hier mit Musik hören können oder mal Hörbücher oder Podcasts. Ich putze ja ganz gerne zu Hause mit Podcasts auf den Ohren. Aber oftmals lasse ich das nur übers Handy abspielen. Da musst du jedes Mal, wenn du vom Badezimmer beispielsweise in den Keller gehst, musst du das Handy nehmen, musst du wieder runtergehen. Hier kannst du dich frei mit bewegen, weil du hast hier eine mega Reichweite auch zum Handy beispielsweise, wenn du es damit gekoppelt hast von 40 Metern. Das finde ich super. Beim Putzen einfach durchs Haus bewegen, die Musik die ganze Zeit auf den Ohren. Das ist doch super cool. Und sieht schick aus, Diana, muss ich sagen. Wie bitte? Sehr, sehr schick steht dir. Passt perfekt zum Outfit. Dankeschön. Und ich muss sagen, sehr, sehr angenehm zu tragen. Und du kannst hören, dass ich dich nicht höre. Das ist auch gut. Das bedeutet, sie würden sehr, sehr guten Klang haben. Und ich muss sagen, dass diese Ohrchen, diese Ohrpolster, die sind wirklich sehr, sehr weich. Das ist wirklich super angenehm. Und was hast du gesagt? Radio kann ich hier aufhören? Nein, Radio ist ganz dabei. Aber was wir noch gesagt haben oder was wir noch unbedingt erwähnen sollten, ist die sensationelle Akkulaufzeit. 50 Stunden. Vielleicht kennen Sie das von anderen Kopfhörern. Da hast du mal drei, vier Stunden. 50 Stunden. Und Schnellladesystem. Innerhalb von zehn Minuten können Sie wieder Energie aufladen für weitere fünf Stunden. Also habe ich so an dem Kopfhörer noch nie erlebt. Und das Marte gibt mir noch die Möglichkeit, sogar die Töne einzustellen, den Klang. Ja, und das ist das Tolle, weil jeder hat ja einen unterschiedlichen Geschmack. Also das heißt, Sie haben über die App Elysion, die ist kostenfrei für Sie mit dabei, haben Sie die Möglichkeit, verschiedene Töne hervorzuheben. Also was ich super gerne mache, ist Bässe hoch auf Anschlag. Ich liebe Bass. Da hat man auch nachgewiesen, dass Bass auch die Endorphinausschüttung anregt. Das ist meine Erklärung dafür, weshalb ich so gerne auf Bassmusik stehe. Und hiermit können Sie das Ganze individuell einstellen. Das ist der Wahnsinn für 15 Euro. Kopfhörer in der Qualität mit Bluetooth-Verbindung und dann auch noch mit diesem Equalizer für 15 Euro. Das ist ein Muss in dieser Sendung. Unbedingt jetzt direkt bestellen. Gerne auch bis zu fünfmal. Das ist nämlich hier wieder möglich. Dürfen Sie gerne bestellen mit der Bestellnummer der ZX 3481 und der 569. Also ich bin wirklich richtig begeistert. Allein schon von dem Preis 15 Euro ist fantastisch. Aber auch natürlich von der Qualität, von der Farbe finde ich auch wunderbar mit diesem schwarzen Design. Ist einfach mal schlicht, passt zu jedem Outfit. Die sind auch wirklich super bequem, was Diana schon gesagt hat, diese Ohrpolster. Man vergisst irgendwann, dass man hier diese Kopfhörer auf den Ohren hat. Also hervorragend natürlich auch, dass man kabelungebunden ist. Also das ist wirklich mal richtig klasse. Vielleicht auch gut zum Verschenken. Jetzt für 15 Euro sollten Sie unbedingt die Gelegenheit ausnutzen. Und ich glaube, mit Musik machen wir doch alles am liebsten. Vielleicht auch mal einen Podcast hören. Also das ist wirklich super spitzenmäßig. Und jetzt kümmern wir uns auch mal um den Haushalt. Da haben wir nämlich auch was richtig Praktisches. Schauen wir doch mal direkt. Es schlägt nochmal 15. Ein Zyklonsauger für 15 Euro. Sie werden uns für wahnsinnig halten. Und vor allem, wenn Sie jetzt vielleicht auch sagen, das ist doch ein normaler, handelsüblicher Staubsauger. Was ist denn daran jetzt Zyklon? Ja, die Magie besteht darin, dass wir hier einen Zyklonsaugaufsatz für Sie haben. Das heißt, Ihren haushaltsüblichen Sauger, den Sie zu Hause haben, können Sie jetzt ganz einfach umwandeln mit diesem Zwischenaufsatz in einen Zyklonsauger. Also wir können das ja hier, ich nehme es mir mal kurz ab. Das ist der Aufsatz. Den bekommen Sie nach Hause. Und damit können Sie die Vorteile eines Zyklonsaugers ganz einfach in Ihren normalen Sauger integrieren, indem Sie es einfach zwischenstecken. Was sind die Vorteile? Sie haben keinen Saugverlust, Saugkraftverlust mit einem Akku. Zyklonsauger zum Beispiel. Das hier ist jetzt kein Akkumodell, unser Sauger. Aber wir haben auch die Möglichkeit, auf den Beutel, auf den Saugerbeutel zu verzichten. Weil hier geht der ganze Schmutz dann rein, dann kann ich das ganz einfach abnehmen, ausschütten, zack, spare ich mir sehr viel Geld und sehr viel Mühe. Also das macht Spaß. Da kann man den alten Sauger mal wieder ganz neu entdecken. Ja, viele haben vielleicht schon darüber nachgedacht, sich einen Zyklonsauger zu kaufen. Die kosten natürlich normalerweise ein Vielfaches von 15 Euro. Hier ist es geregelt, dann hört die Müllbeutelsammelerei oder Kauferei endlich auf. Ich tue mich da immer schwer oder habe mich früher schwer getan, weil ich nie genau wusste, welche sind die richtigen. Und dort, wo es einen Müllbeutel gibt, hast du eine ganze Regalwand voll. Das ist schon fast eine Safari, bis du das Richtige findest. Also praktischer Versuch mal, vielleicht genau das Richtige für Sie, für Ihren Haushalt, endlich einen Zyklon, also einen beutellosen Staubsauger zu haben. Genau, und guck, hier habe ich mal gerade demonstrieren wollen. Kannst du ganz einfach mit einem Dreh abnehmen, Mülleimer ausmachen und dann reinschütten. Und zack, kannst du es hier ganz schnell wieder einsatzbereit haben mit einem frischen, sauberen, geleerten Tank. Also das wird für viele jetzt die Chance sein, für ganz kleines Geld den Traum vom Akku-Zyklonsaugen zu realisieren. Also machen Sie Ihren Traum wahr, machen Sie aus Ihrem ganz normalen, handelsüblichen Staubsauger mit Müllbeutel einen Zyklon-Staubsauger mit diesem Aussatz, der auf so gut wie alle Staubsauger passt. Die Bestellnummer ist die NX 6342. Und der Preis gerade mal, wir sind in der 1515-Show, 15 Euro. Also mit Sicherheit billiger als jeder Zyklon-Staubsauger, der irgendwo sich auf dem Markt befindet. So ein Produkt haben wir heute noch. Und da, vielleicht haben Sie es schon gehört, klingelt mal wieder richtig was. Es regt noch einmal 15. Das ist auch immer was, was viele unserer Kunden freut, die das eine oder andere Problemchen zu Hause haben. Wie zum Beispiel, du hast eine Klingel, aber hörst sie nicht überall. Oder du hast nicht nur einen Vordereingang, sondern du hast auch ein Hintertürchen zum Grundstück, das ist weiter weg, da gibt es keine Klingel. Dann können Sie ganz einfach eine Klingel nachrüsten und zwar mit einer Funkklingel. Gar keine Kabel verlegen müssen Sie da, einzig und allein Batterien müssen Sie in dieses Teil reinfüllen. Und dann können Sie den Taster an dem Gartentürchen zum Beispiel anbringen oder, oder, oder. Da sind Sie total flexibel und dann bekommen wir hier den Klingelton hier ausgespielt. Und zwar nicht nur akustisch, sondern auch ein bisschen tiefer halten. Optisch. Ach so, habe ich vor die Nase gehalten. So sehen wir es besser. Also ich finde auch schön, der Taster kinetisch, das heißt, da brauchen wir nicht mal Batterien, die Energie wird als selbst erzeugt. Ich weiß auch, Rebecca, das ist sehr beliebt bei Haushalten, die einen zu pflegenden Angehörigen haben. Ah, damit der dann auch zum Beispiel rufen kann nach jemanden. Genau, so eine Bettklingel, wie im Krankenhaus zum Beispiel. Ich habe das auch gesehen bei meiner ehemaligen Nageldesignerin, die hat das zu Hause gemacht und hatte dann ein kleines Separi, wo sie dann die Nägel gemacht hat von ihren Kunden. Und die wollte natürlich unterscheiden können, klingelt jetzt ein Kunde oder klingelt da jemand an meiner normalen Haustür und bringt einfach nur ein Paket vorbei, sodass mein Mann das stattdessen für mich machen kann und da in die Tür gehen kann. Das heißt, sie hat zusätzlich zur normalen Klingel eben so eine Klingel platziert. Und das ist natürlich auch da für ein super Anwendungsgebiet. Übrigens, was ich so super finde, du hast verschiedene Klingeltöne zur Auswahl. Ich gebe mal kurz einen Eindruck. Moment, das haben wir zur Auswahl. Was haben wir noch? Ah, weihnachtlich kann es auch werden. 32 verschiedene Sounds hast du hier. Das macht so Spaß, sich da durchzuprobieren. Vor allem mal ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Aber was ich auch schön finde, ist, dass man auch die Töne komplett abschalten kann und sich nur optisch darauf hinweisen lassen kann. Falls mal die Kinder schlafen zum Beispiel oder die Enkel. Diana probiert gerade alle Klingeltöne durch und meint, wir merken es nicht, wenn sie es so verhält. Wir hören es trotzdem, Diana. Ah, okay. Du kannst es auch offen machen. Also ich finde dieses Produkt wirklich toll, weil es eben ohne jegliche Installation sofort bereit ist. Ja, das ist wirklich hervorragend. Für nur 15 Euro nutzen Sie jetzt die Möglichkeit aus. Das ist fantastisch. Diese Funk-Klingel bestellen Sie gerne mit der Bestellnummer der NX7781 und der 569. Nun denken Sie noch mal dran, wenn Sie vielleicht auch pflegende Angehörige haben, dann ist das hier wirklich eine riesen, enorme Erleichterung, weil man damit dann einfach auch mal rufen kann. Also es ist wirklich fantastisch in so vielen Bereichen. Man verpasst vielleicht auch nicht mehr den Postboten. Auch das ist ja ein Riesenthema. Also das war es hier schon mit der 15.15 Show. Rebecca hat uns heute wirklich tolle Produkte rausgesucht. Ich bin begeistert und Sie bestimmt auch. Deshalb heißt es jetzt sofort zum Hörer greifen und direkt hier Ihre Lieblingsprodukte bestellen. Gerne natürlich auch mehrfach zugreifen, außer bei unserem Preisalarm. Da bitte maximal nur einmal zugreifen. Aber bleiben Sie auch gerne weiterhin bei uns. Es geht spannend weiter. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Ich bin begeistert. Vielen Dank.